Eintracht ensnday wunday happy days Zamorgen uber des Dächa von Winterthur Adu.. Uber des Dächa Aufmachstock in Winterthur Aber es ist cool Wir sind im Buchberg, bunt, wir arbeiten noch in einem Wagen, Isolation, eventuell die Rennwand, Löcher im Boden flicken. Ja, jetzt ist es geil. Ich habe gerade einen Besuch gehabt, von zwei bis ich auch überlege, so ein Zirkuswagen, Tiny House, was immer, zu bauen oder zu kaufen. Es ist mega cool, wenn die Leute hierher kommen und man kann sich austauschen und über die Idee reden und das Projekt. Was cool hier oben ist, es ist mega betriebe am Sonntag, weil es so schönes Wetter ist. Es hat mega viele Leute, die vorbeilaufen, das Bessebein hat offen, man kann fein essen. Es ist wie Ferien da. Fertig für heute. Ich habe eigentlich nichts gemacht, eigentlich alles alles gemacht. Ich habe eigentlich nur mit den Leuten gesprochen, die vorbeigelaufen sind. Ich habe Ihnen das Projekt erklärt, ich habe Führung durch den Wagen gemacht. Das ist super. Aber die Isolation fertig, die Löcher geflickt. Mit der Wand haben wir noch nicht angefangen. Nächste Woche noch. Wir sind nochmal in einem Hotel, das heisst die Bleibe. Und krass ist, da unten im unteren Stock, das zeige ich euch morgen, war früher ein Atelier, wenn ich dabei war. Das ist recht cool. Das ganze Gebäude ist umgenutzt worden. Das ist jetzt ein Ben & Breakfast. Und ich schlafe jetzt da. Jetzt kommst du aber mal. Und ich schlafe jetzt. Und ich schlafe jetzt. Und ich schlafe jetzt. Und ich schlafe jetzt. Ich schlafe jetzt. Und ich schlafe jetzt.